Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Retro & Future, bei dem Kanal, wo es um Elektromobilität und erneuerbare Energien geht. Das Jahr hat gerade erst begonnen und zack, ist Dezember. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde, das Jahr ist gerast. Und da wir jetzt im Dezember sind, schauen wir uns natürlich die Erträge meiner PV-Anlage für den November an. Und ich kann euch gleich mal sagen, das wird richtig schlecht. Aber gucken wir uns die Details mal an. Und zwar, ich habe das Ganze hier schon wieder reinkopiert, das heißt, können wir einfach hier jetzt mal eintragen. Das sind also meine Verbräuche und das hier sind die Erträge. Und jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen im Detail an. Also, beim Verbrauch kann man sehen, wir haben Direktverbrauch 352 Kilowattstunden und entladen haben wir aus dem Akku nur noch 131. Das heißt, die Tendenz ist ganz klar fallend hier, 131 Kilowattstunden nur aus dem Akku und gekauft haben wir 521. Warum das so ist, werde ich euch nachher zeigen, warum das so viel ist. Ich springe jetzt auch ab und zu ein bisschen so zwischen den Jahren hin und her, weil ich will den November mal mit anderen vergleichen. Denn von meinem Gefühl her war es ein katastrophaler November, was PV angeht. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch und man ist mittlerweile einfach nur verwöhnt von dem schönen Sommer. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, gerade aus dem Akku genommen 131, wenn wir uns das mal im Jahr 2021 anschauen, da haben wir uns zum Beispiel nur 80 aus dem Akku entnommen. Also, so kann man sich dann irgendwie auch wieder täuschen. Und wenn wir uns 2020 anschauen, da waren es aber 169. Also, das ist wirklich, ja, wirklich unterschiedlich und, ja, also wie gesagt, 2020 169 aus dem Akku, jetzt 130 oder auch nur 31 aus dem Akku, das ist ja schon mal ein kleiner Unterschied. Gesamt haben wir verbraucht 1.004 Kilowattstunden und eine Autarkie haben wir noch von 48,1 Prozent. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht, muss ich sagen, wenn ich mir die Jahre davor anschaue. Okay, da hat man im November noch nur 32 Prozent, okay, das ist natürlich heftig, ja, da hat man aber auch einen relativ hohen Anteil hier an gekauften Strom. Also, da hat man, ja, aber war einfach der Monat auch schlecht, denn man sieht es beim Direkt 253 und hier waren es 352, ja, also schon ein kleiner Unterschied. Beim Eigenverbrauch haben wir 84 Prozent, eigentlich viel zu wenig, ja, und da ist halt wieder, ja, also gerade vor dem Monat, wo du eigentlich ähnlich viel hast, gibst du dann trotzdem noch 16 Prozent von deinem Strom ins Netz ab, sage ich mal, das ist natürlich schade, aber das wird sich auf jeden Fall ändern, wenn ich dann meine Speichererweiterung noch bekomme. Die Erträge, was die PV-Anlage mir dann in dem Moment gebracht hat, sind 149,30 Euro, da kann man sagen 150 Euro. Wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen, da waren es hier nur 103 Euro und im Jahr 2020 waren es 156 Euro. Okay, also da liegen wir eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Wenn wir jetzt aber zu den Erträgen kommen, dann können wir sehen, wir haben bei der Erzeugung Direktverbrauch 352, wie hier oben ja auch logischerweise, dann haben wir aufgeladen 175 und das bringt uns ja wieder zurück zu dem Thema mit meinem Speicher. Und auch hier können wir wieder sehen, das sieht es hier unten, ich habe es mal provisorisch eingetragen, wir haben wieder 25 Prozent Speicherverlust. 25 Prozent, das ist richtig heftig und das hatte ich eben die Jahre davor nicht. Da hatte ich hier in den kalten Monaten 85, also kann man sagen 15 Prozent verloren, hier hatte ich mal 19 Prozent verloren und ich glaube, ich hatte hier im Januar hatte ich auch mal so einen Monat damals, das letztes Jahr, wo ich auch 25 Prozent Speicherverlust habe, aber das ist schon eine Hausnummer und ich hoffe, das wird wieder besser. Dann haben wir noch eingespeist 48 Kilowattstunden, natürlich schade, aber gut, so ist es halt. Und insgesamt hat die PV-Unlage dann 575 Kilowattstunden erzeugt. Und das wären dann 59,9 Kilowattstunden pro Kilowattpeak und das ist eigentlich für einen für mich gefühlten schlechten November gar nicht schlecht. Und wenn wir das die letzten Jahre mal anschauen, da hat man hier nur 39, also kann man sagen 40 und hier hatten wir aber 78. Also das ist dann schon wieder eine Hausnummer, 78 Kilowattstunden pro Kilowattpeak im November 2020. Wenn wir ganz kurz bei dem Kilowattpeak bleiben, ihr wisst ja, ich habe ein Dach mit 50 Grad Neigung und im Winter ist das natürlich super, denn ein steiles Dach ist natürlich besser im Winter als ein flaches Dach. Klar habe ich im Sommer ein bisschen Einbußen. Ich habe es in einem anderen Video schon mal erwähnt, meine PV-Unlage, die macht dann nicht so diesen typischen Bogen, wie man ihn kennt, übers Jahr hinweg, sondern meine macht eher so ein Plateau von April bis Oktober, kann man sagen. Klar fällt das rechts und links ein bisschen ab, aber nicht arg. Und das ist eben deswegen, weil ich dieses steile Dach habe, dadurch habe ich im Winter einfach mehr und im Sommer halt in den Zeiten, wo die Sonne wirklich senkrecht über uns steht, natürlich ein bisschen weniger, aber das ist auch nicht schlimm, weil im Sommer hat man eh genug. Worauf ich aber hinaus will ist, ich habe einen Zuschauer, der kommt ganz aus meiner Gegend hier, der wohnt ca. 40 Kilometer westlich von mir, der heißt Radio Gagak und der schaut meine Videos sehr fleißig, der freut mich sehr, Grüße gehen an dich raus. Der hat mir mal seine Daten geschickt und die habe ich mir hier einfach mal kurz reinkopiert. Und zwar, er hat nur 33 Grad Dachneigung, er hat auch nach Süden ausgerichtet und er hat aber nur 42,6 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Und ich habe 59,9 und da kann man halt schon sehen, wie stark so ein steiles Dach im Winter doch hilft. Also, weil wenn die Sonne mal rauskommt, dann geht es richtig ab, dann kommt da richtig viel Strom vom Dach, weil die Module kalt sind und dann eben der Einstrahlungswinkel der Sonne mit diesem steilen Dach auch relativ steil ist und deswegen ist es natürlich vom Ertrag her besser. Also danke dir Radio Gagak für die Zahlen, einfach mal interessant so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was das so für einen Unterschied macht. Und vielleicht können wir mal, wenn du die PV ein ganzes Jahr hast, der hat sie erst bekommen, können wir mal so ein bisschen vergleichen die Zahlen und dann können wir mal sehen, wie so die Unterschiede sind. Freut mich und es ist genauso wie vorgestellt, dass wir so ein bisschen in Interaktion treten und dass wir uns so ein bisschen austauschen und so ein bisschen die Sachen vergleichen, die wir haben. Gut, aber das bedeutet im Endeffekt, wir haben insgesamt 575 Kilowattstunden eben erzeugt im November. Das ist natürlich bei weitem nicht genug, wenn man den Verbrauch anschaut. In den Speicher ging am Tag 5,83 Kilowattstunden rein. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal die Jahreszahlen anschauen, wir sind ja fast am Ende. Das heißt, wir haben einen Verbrauch von 10.160, das ist wirklich viel. Wenn man sich die Vorjahre anschaut, da hat man 9.180 und davor waren es 4.000. Okay, das war natürlich nur ein halbes Jahr. Aber man sieht schon, durch die Elektroautos geht natürlich der Verbrauch schon hoch. Und ich brauche aber gar nicht so viel mit den Elektroautos, weil ich eigentlich nur einmal in der Woche im Büro bin. Und das sind dann ein Weg 25 Kilometer oder 30, kann man sagen 60 Kilometer in der Woche. Und das ist eigentlich nicht viel. Also würde ich jeden Tag ins Büro fahren wie früher, vor Corona, dann wäre der Stromverbrauch hier wirklich exorbitant höher. Da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wir bei 15.000 oder 20.000 Kilowattstunden dann im Jahr rauskommen. Und das ist dann schon heftig und vor allem wird es teuer. Ich weiß nicht, wie ihr das macht mit eurem Elektroauto. Also wenn ihr da viel ladet zu Hause, wie ihr die Nachzahlung ein bisschen abfangt. Also ich habe es so gemacht, ich habe einen relativ niedrigen Abschlag. Aber jedes Mal, wenn ich mein Auto lade, packe ich mir in ein Sparschwein das Geld rein. Und dann am Ende vom Jahr, wenn der Nachschlag kommt, kann ich es da rausholen. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für euch. Ich finde es gar nicht schlecht, weil so sitzt man nachher nicht so auf den Megakosten. So, wenn wir uns aber die Autarkie anschauen, über das ganze Jahr sind wir bei knapp 70% und die Eigenverbrauchsquote bei 62,27%. Wenn wir das mal mit dem letzten Jahr vergleichen, da haben wir uns bei der Autarkie etwas gesteigert, das ist schön. Okay, aber der Dezember kommt ja noch. Und beim Eigenverbrauch haben wir uns auch ein bisschen erhöht. Gut, das ist schon mal nicht schlecht. Wenn wir dann schauen, in den Speicher haben wir bisher 2.512 Kilowattstunden geladen. Und entladen 2.124 und dann haben wir über das Jahr gesehen einen Speicherverlust von 15,45%. Bei den Erträgen dann haben wir insgesamt schon knapp 1.500 Euro durch Direktverbrauch eingespart. Wir haben 637 Euro eingespart an Strom, den wir nicht kaufen mussten durch den Speicher. Und wir haben 356 Euro Einspeisvergütung bekommen. Und das sind dann 2.473 Euro, die wir in diesem Jahr mit der PV-Anlage gespart haben. Und das sind im Endeffekt von diesen 22.000 Euro, die ich für die PV-Anlage bezahlt habe, 11,24%. Und das ist schon mal gar nicht schlecht. Wenn wir uns mal die letzten Jahre anschauen, da hat man 9,69% hier. Also 2.100 Euro gespart. Und hier waren es natürlich weniger, 992. Das war nur wieder das halbe Jahr. Aber ich denke, das kann sich durchaus sehen lassen. Und das zeigt auch, dass sich da meine PV-Anlage, Surfex, Achtung jetzt kommt, das böse Wort, eben nach ca. 8 Jahren amortisiert hat. Gut. Stromkosten dieses Jahr haben wir bis an 931. Und ja, ist natürlich nicht wenig. Ich habe einen Abschlag von 90 Euro im Monat. Also das wird wahrscheinlich noch ein bisschen zu einer Nachzahlung kommen. Aber das wird man dann sehen. Gut. Der Dezember kommt dann noch. Wenn wir mal die letzten Jahre schauen, was der Dezember so gebracht hat. Da waren es nicht mehr viel. Da waren es 340 hier oder 280. Also gehen wir von 300 Kilowattstunden aus, die wir noch bekommen. Dann sind wir irgendwo bei 11.600 Kilowattstunden, die wir dann über das Jahr hin erzeugt haben. Sind dann aber fast 1.600 Kilowattstunden mehr, die wir dieses Jahr produziert haben, in diesem Rekordjahr, als eben davor. Jetzt würde ich gerne noch ganz kurz mit euch ins Portal reingehen. Und ich möchte euch da zwei, drei Tage noch zeigen. Und zwar, wenn ich mal auf meine Anlage gehe. Und ich gehe jetzt mal auf Jahr. Da können wir die einzelnen Monate sehen. Da sehen wir dann mal schon, wo sich der November hier so einreiht. Und eigentlich von der Tendenz her, ja, passt es eigentlich. Es wird natürlich nochmal einen guten Absturz geben Richtung Dezember. Aber, ja, wenn man das vergleicht, sage ich mal, von dem, was vom Dach kommt, mit dem, was im Sommer vom Dach kommt, dann ist das jetzt gar nicht so ein extremer Einbruch, wie man das vielleicht bei einer Anlage sehen würde, die nur eben 30 oder 33 Grad Dachneigung hat. Jetzt gehen wir aber mal auf den Monat. Und da schauen wir uns mal den November genauer an. Weil ich möchte da einfach ein paar Tage zeigen, wo man ganz gut sehen kann, dass es einfach richtig üble Tage gibt. Also, ihr könnt sehen, hier unten beim Ertrag, es gibt manche, da hat man dann hier noch 32 Kilowattstunden vom Dach. Oder hier hat man sogar 46 Kilowattstunden oder hier 42 Kilowattstunden. Und so die normalen, guten oder durchschnittlichen Tage haben dann so, ja, 28 Kilowattstunden vom Dach. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und damit kann eigentlich auch ein Haushalt, sage ich mal, auskommen, der jetzt nicht wirklich einen hohen Verbrauch hat. Das würde schon passen. Aber das Problem ist halt, auf der einen Seite sieht man hier oben, dass wir manche Tage haben, wo ich halt hier 46 Kilowattstunden kaufe. Oder hier 39 Kilowattstunden kaufe. Oder hier der letzte, der ist eine richtige Katastrophe, wo ich 43 Kilowattstunden kaufe. Und das ist schon im Endeffekt ja dann, wo ich meinen Tesla lade. Und wenn ich halt den Tesla lade, der braucht halt mal kurz 60, 70 Kilowattstunden. Also, wenn es gut läuft. Und deswegen geht da schon einiges raus. Aber das Hauptproblem ist halt immer das. Und wir hatten jetzt Anfang Dezember auch schon ein paar Tage von denen. Das sind die hier unten. Also, ihr könnt sehen, es gibt wirklich ein paar Tage. Und vergesst nicht, ich habe 9,6 KWP auf dem Dach. Aber es gibt Tage, da kommen dann 2 Kilowattstunden vom Dach. Oder hier 1,23 Kilowattstunden, die vom Dach kommen. Den ganzen Tag. Oder hier 3,3. Oder 3,8. 6,9. Der ist schon ein bisschen besser. Aber, ja, also es gibt viele Tage, wo man dann nur so 5, 6 Kilowattstunden vom Dach hat. Oder eben solche Megakracher wie hier, wo dann wirklich nur 1,23 Kilowattstunden vom Dach kommen. Und das sind halt solche Tage, wo es dann ganz neblig ist. Und wo dann wirklich einfach nichts vom Dach kommt. Das ist wirklich der Hammer. Und das führt dann eben dazu, dass man eben an solchen Tagen, gerade wenn man dann auch noch das Auto laden muss oder so, muss man natürlich sehr viel zukaufen. Und deswegen kommt auch, sagen wir mal, der große Zukauf an Strom bei mir zustande. Weil eben die Elektroautos manchmal einfach laden müssen. Und es kommt ja kein Stoff im Dach. Und ich will nicht irgendwo an Ladesäulen fahren, wo ich vielleicht ein bisschen mehr bezahlen muss. Nur um meine Statistik hier zu schönen. Das soll ja wirklich so sein, ja, wie es bei jedem anderen auch wäre. Und ich kann einfach daheim günstiger laden. Und deswegen lade ich halt auch zu Hause. Auch wenn das mir natürlich hier die Autarkie natürlich komplett verhagelt. Aber das ist halt so. Springen wir dann nochmal ganz kurz zurück ins Excel und gehen auf die Gesamtseite. Dann können wir sehen, dass wir hier 2022, wie gesagt, schon diese 10.161 verbraucht haben. Aber 11.331 Kilowattstunden erzeugt. Und bei der Investition sieht es dann im Endeffekt so aus, dass wenn man diese 22.000 Euro nimmt und jetzt mal schaut, wo wir momentan noch sind, dann kann man sagen, dass meine Amortisationszeit, sorry so Facts, nochmal das böse Wort, bei 8,79 Jahren liegen wird. Mein Akku, den wir hier wirklich separat berechnen, also wirklich, man kann sehen hier, entladen mal Kilowattstundenpreis minus entladen mal Einspeisvergütung. Also wir nehmen wirklich nur das, was wir einsparen durch den Speicher. Und dann sind wir hier bei 15,76 Jahren. Aber man darf nicht vergessen, ich habe halt noch 9 Cent Einspeisung. Dann wäre meine Anlage noch ein bisschen jünger. Hätte vielleicht nur noch 6 Cent. Dann wäre eben der Unterschied hier schon 24 Cent anstatt 21 Cent. Und ich habe halt noch einen günstigen Stromvertrag. Also ich habe noch 30 Cent, aber das wird hochgehen. Dann werde ich irgendwann bei 35 oder 40 Cent sein. Und dann ist natürlich der Akku noch effektiver, weil dann spart man im Endeffekt von 40 Cent. Bis hier runter wären es dann schon 31 Cent, den wir einsparten anstatt 21. Und dann sinkt natürlich auch die Amortisation. Das heißt, die nächsten Jahre, wenn mein Strompreis steigen wird, und der wird steigen, da bin ich mir sicher, wird sich das hier auf jeden Fall noch ein bisschen nach unten korrigieren. Aber gut, es sind 15 Jahre. Ich denke mal, das kriegen wir vielleicht noch auf 12 oder 13. Und so lange sollte der Akku das schon packen. Und ich bin sehr froh, dass ich meinen Speicher habe, denn ich möchte so autark wie möglich sein. Auch wenn das Ganze vielleicht am Schluss 0 auf 0 rausgeht. So, wenn wir dann unten nochmal in die finanziellen Erträge schauen, da können wir sehen, dass wir schon 25,44 Prozent der Gesamtinvestitionen wieder reingeholt haben. Also sind 5.596 Euro, die wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren wieder erwirtschaftet haben, weil das erste Jahr war nur ein halbes Jahr. Und jetzt mal ganz ehrlich, 25,44 Prozent der PV-Anlage reingeholt nach zweieinhalb Jahren. Das bedeutet also, wie gesagt, nach 8,79 Jahren ist das Ding amortisiert und danach läuft die PV-Anlage noch 10 oder 15 oder 20 Jahre weiter. Klar, vielleicht muss man einen Wechselrichter tauschen oder so, das mag dann sein. Aber eben nach diesen knapp neun Jahren geht dann, sagen wir mal, das große Gewinn-Reinfahren los und dann macht es doppelt Spaß. So, das soll es dann für den November gewesen sein und wir sehen uns im nächsten Video in dem Rahmen hier, wo wir dann den Ertrag anschauen, erst wieder im neuen Jahr und dann gucken wir uns die Ertragszahlen des Dezembers an und dann kommt natürlich noch ein Video über die PV-Anlage für das komplette Jahr 2022. Also, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Besucht ein bisschen die Weihnachtsmärkte. Die Leute, die die Stände haben, die brauchen das. Ja, die Preise sind ein bisschen gestiegen, aber die konnten jetzt lange, sage ich mal, nichts mehr verkaufen. Ich war auch schon, ich habe am Glühwandstand auch echt Performance gezeigt. Und ja, vielleicht macht ihr das auch, die Stände, die brauchen das. Also, schöne Weihnachtszeit euch und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut, euer Steffen von Retro & Future. Ciao. Musik